moin moin aus dem schramberg aus unserer grafikabteilung und zwar geht es jetzt weiter mit dem gambler gtr 8xx evo r und zwar haben wir jetzt die grundfarben drauf habt ihr im letzten video gesehen unser true passion darauf ist es schon eine weitere schicht gekommen diese meter jules den rainbow effekt und jetzt geht es darum step nummer 5 4 step nummer 5 ist jetzt die grafik wir wollen eine grafik aufbauen auch mit effekten und diese grafik wird mit candy blautönen einlasiert diese grafik müssen jetzt einmal bauen damit ich rechts und links gleich habe samt den gambler schriftzügen und den logos und dafür habe ich meinen bruder angeholt der macht das grafik design der baut das alles dass ich das fertig ausplotten kann hier an der maschine ja und da müssen wir jetzt mal loslegen und warum das jetzt bringt ist das quasi in die form die ich haben möchte wir mehrere projektwürfe gemacht und auch so ein bild hat da kann man nicht erkennen aber um mit den kunden einmal durchzusprechen welche richtung geht das mal was für 1 festgelegt und das bauen wir jetzt nach und bringen das quasi in eine schneidbare druckdatei da sind wir jetzt gerade mal bei also das gambler logo ist jetzt quasi oder schrift ist ein logo schrift zu von einem dann nehmen wir jetzt auch die kontur weil das design wird ähnlich sein ich werde es quasi auf diesen regenbogen effekt werde ich mit linie werden aufgeben hier laufe ich freihändig weil ich laufe dann parallel an diesen carbon teilen und meine wurf den bauen wir jetzt ähnlich nach jetzt ist das einmal kurz da wo er weiß was mir einfällt ich habe den tankdeckel gar nicht mit lackieren wo ich ihn gerade mal sehe eigentlich fällt mir das jetzt ein wo ist denn der ich muss mal kurz weg scheiße bin wieder da ich habe eben die fotos durchgeguckt unser erstes gambler video und das auto ist ohne tankdeckel ohne diese absteppöse gebracht worden jetzt habe ich gerade mit gambler noch mal telefoniert und wird uns morgen nachgeschickt per express und ich habe das zwischen den ganzen teilen gar nicht gesehen weil es sind ja wenn das keine ahnung sind ja 20 extra teile die dabei sind und da wir es gleich zerlegt haben das auto habe ich das nicht gesehen dass dieser tankdeckel fällt jetzt eben am computer dachte ich so wenn ich da mit der linie durchgehe wie mache ich das mit dem tankdeckel tankdeckel ja ja kann passieren wird nachgeschickt ist jetzt ein bisschen aufwendig aber ich muss jetzt zwei farb schichten 34 steps habe ich ja jetzt schon die muss jetzt mal an diesen tankdeckel nachlackieren am kotvögel noch mal annebeln aber mit dem design bin ich so lange dabei dass ich also erstmal die rechte seite legt die linke seite macht und dann mache ich die rechte seite insofern keine dramatik sind voll im zeitplan da habe ich mir noch mal überlegt der spoiler hinten dass diesen teil ist ja sicht carbon was wir ja auch blau lasieren der ist nun mal nicht beschriftet bei gambler machen wir aber mit weil ich das total geil finde das sieht aus wie bei dieser gt rennserie wie die gt2s und gt30s auch teilweise haben dass das gambler quasi in den spoiler eindrücken aber auch nur die outlines damit sind ja und da ist aber sich carbon her dass es wird auch nur ganz dezent so auf zweiten blick machen wir das ganze die ganze lackierung das design wird jetzt nicht so kirmes artig sondern das wert wenn die sonne kommt dann kommt das von unten raus wo diese ganzen ebenen die ich da jetzt eingebaut habe über diesen pearl true passion plus den meter jules diesen regenbogen effekt lack plus der kennen die blauen lasierung diese ganzen drei diese drei schichten liegen mit ihren effekten alle übereinander und werden glaube ich den mega effekt geben wenn die sonne drauf scheint ja ich selber ganz gespannt das hat das geil ist dass die kunden mehr vertrauen ich gebe die idee vor die verstehen das zwar meistens nicht aber wenn jemand sagt sich drei schichten übereinander mit regenbogen effekt mit pearl und damit kennen die lasur transparent ja mach mal das kann es auch nicht computer technisch darstellen kannst du sagen so die optik wird es werden aber im endeffekt wie es aussieht weiß meistens nur ich aber welcher effekt er jetzt rauskommt also es kommt ein effekt aber wie stark daraus kommt das weiß ich auch noch nicht auf jeden Fall weiß ich das neue rolle schablon folie wie auch mal eine tonne ist mal gut für mein hexenschuss assistente das leider nicht dabei ihm helfen kann das ist eine leicht klebende schablon folie die benutze schon ich glaube 25 jahre diesen hersteller weil er halt sehr leicht klebend ist lösemittel heiliger kleber funktioniert auf konventionellen lang halt sehr sehr gut also lösemittel heilige lacke auf wasserbasis lacken funktioniert das überhaupt nicht gut und damit man schon jahrelang meine ganzen schablonen und sowas macht er mir einmal einen test schnitt da kann ich gucken da teste ich in einmal oder gut geschnitten hat er zu tief oder zu leicht aber es sieht perfekt aus so das ganze hat er grafisch gebaut und zieht das jetzt in dieses schneide programm rein und los geht's da schneidet er schon die erste linie dass er quasi benutzt sich nur als schablon es wird temporär aufgeklebt dann lackiere ich darum und dann reise ich auf die vorhine wieder ab dadurch habe ich ganz feine lackkanten nur kennen vielleicht einige die schon mal so ein klebesatz beim motorrad aufgeklebt haben einlackiert haben er bildet sich immer um den aufkleber rum so der lacknase das ist immer blöd aufkleber einlackieren ist immer wenn man es richtig macht macht geht das aber die meisten lackierer versuchen dem mit einem klarlackgang zuzuschwemmen dann bilden sich immer ganz dicke lacknasen und deswegen ist folien einlackieren nicht so schön deswegen lieber schablon machen auslackieren ist immer das geilere ergebnis so der schneideplotter ist fertig ist natürlich ein riesen lang flatschen hier das ist jetzt quasi eine wagen seite diese fangen jetzt an den hintergrund weg zu polen immer außen anfangen da kommt am weg sind durcheinander die linien beim stehen die schneide ich mal das sind zwei riesen flatschen hier so sagt man das in norddeutsch flatschen so das ausgepult die eine seite jetzt kommt die übertragungsfolien durch da das allein immer ein bisschen aufwendig ist hilf mir hier chaos elli langsam in der mitte zuerst ja aber ich will gucken dass das ist also knapp wie möglich runtergehen lass mal langsam runter ich fluchte ja ich habe gesagt lass uns fluchten aber nein ich habe ja auch nicht gesagt ich habe gesagt lass uns einmal fluchten hast du gesagt ich merke das könnt ihr mir an die kommentare auch mal helfen die macht das einfach mal nicht wie ich das möchte wenn es falsch ist dann kriegt gibt sie mir weiß noch die schuld ich kann nicht mehr schlafen das stimmt ja gar nicht weil jetzt sieht der kamerfeld nicht ich wollte es eben fluchten aber das mittig ist hier habe ich jetzt ein zentimeter zu viel und hier habe ich das zu wenig weil es komplett schief gehalten hat aber ich bin schuld das habe ich doch nicht gesagt jetzt hätte es aber gesagt ich habe nur gesagt bitte dadurch dass sie den wind jetzt aus den segeln genommen ich kann doch nicht mehr weitermachen ich brauche das vitamin aus der bothege jetzt irgendjemand wenn es jetzt zähl doch mal dahinten hin wie heißt das diese kraft der zwei herzen oder was brauche ich entschuldigung ich kann so nicht arbeiten einmal mit profis das ist ja auch erst nur zehn jahre gemacht meine augen werden schlecht die knochen brechen und das ist ein fluchten ja ich gebe dich in zahlung so ja die geben ich habe ja ein fuchs bist ja ja die resteverwertung macht genau diese stelle ich immer vor neuen herausforderung das täglich also ich will jetzt echt mal support auch mal ich schmeiße ich schmeiße ich soll aus meinem kanal wenn ihr mich nicht unterstützt die unterstützen nicht immer alle tut ja nicht mehr ja ach also jetzt eifersüchtig das machst du es so gut ja es kostet eine stunde extra bei dir so hier so macht man das nach wie machen wir das so so warum warum das so macht damit die folie auf spannung ist machst du sie intern rollst du sie andersrum auf schmeißt die falten das messer mag das ja lieber ich glaube die jetzt ein messer in die hand geben ist glaube ich ist eine gute idee so angst aber keine zeit ins krankenhaus zu fahren so einmal kannst du das so nach und weg holen das kann ich als übertragungsfolie neben das stück ja das finde ich auch mal faszinierend das wegnehmen bloß keinen fehler machen das sind auch zweimal gemacht das gembala bleibt stehen das muss es auch noch rum wegpulen das ist total gemein weil das so klein ist und die blöden buchstaben gar nicht raus wollen da bewundere ich auch immer deine geduld nach bei sowas aber herausforderungen angenommen geschafft auch zu quaken das ist schon die spoiler form jetzt hier das heißt ich brauche nicht mehr groß ein messer noch mal gut dazu gebaut dass das genau der spoiler ist wenn ich das draufgelegt habe dann sich den hintergrund auch noch mal weg und dann bleibt nur die konturlinie von an denen stehen so live aus der lack küche ich habe es gerade schon die farbe gemischt ich mache jetzt erstmal ein bauteil wir sind jetzt quasi bei den sicht carbon teilen weil sich carbon heißt wir sehen das carbon noch aber unter einem blauen film was man hier sehr gut sehen kann ich habe gerade eben bisschen rum gekleckert weil ich natürlich nicht alles lasse wie es ist und zwar habe ich jetzt wie auch schon vorher bei den farben habe ich jetzt zwei candy konzentrate zusammengerührt house of color candies ganz kurz candy farben kommt von candy apple red kennt vielleicht jeder früher von alten bmws und sowas das kommt von den jahrmarkt kandierten äpfeln die sind ja meistens rot das ist eine rote zuckerlasur rüber das heißt das grün schimmer durch das durch das rot durch diese rote zuckerschichten durch hat man so ein tiefes rot und daher kommt dieser begriff candy apple red das geht das ganze geht natürlich auch mit candy apple green und candy apple cobalt blue und oriental blue das heißt es in zwei blautöne das cobalt blue ist sehr hier sieht man das gerade nicht das ist ein bisschen dunkelblau lila und das ist mehr so ein türkis blau die sehen schon so für sich geil aus ich habe mir gedacht ich kippe die eins zu eins zusammen deswegen habe hier gerade eben schweinkram gemacht aber jetzt diese beiden kennen die konzentrate zusammen gekippt das sind konzentrate das heißt ich habe zu viel konzentrat hier drin den rest ein in system passendes bindemittel sg 100 das ist wie so ein komponenten klarlack das ist wichtig hier im system zu bleiben weil ich bekomme jetzt immer mehr mit von anderen lackierern oder airbrush an die mixen verschiedene systeme zusammen und dann blättert einfach der klarlack ab weil es nicht funktioniert irgendwie sprüh dosen klarlack mit normalen klarlack das funktioniert einfach nicht also im system bleiben und da kann man eigentlich rummixen so viel man will muss aber vorher testen und das habe jetzt schon über 20 jahre getestet in diesem system das funktioniert super so jetzt habe ich hier meine lasur und wie könnte euch das vorstellen das seht ihr hier ja schon ich zeige euch das mal ein bisschen drin je nachdem wie unterschiedlich starke schicht ist intensiver je dicker umso intensiver wird die schicht und das metall von unten guckt durch halt im blau als wenn man durch eine blaue sombrille durchguckt so kann man es am besten erklären hier haben wir es auch noch mal das ist einfach eine transparente lasur so wie es auch in der art in diesen kirchen in den kirchen auf diesen bunten gläsern angewandt wird da hat man ja bunte gläser drin da kann man ja durchgucken aber halt in farbig und das ist hier nichts anderes das ist mit das teuerste lacksystem was man so kriegen kann im candy bereich aber auch das beste warum weil diese pigmente sehr sehr lange den uv strahlen stand halten ich habe auch schon billigere produkte probiert aber die blassen halt sehr schnell aus also wenn es draußen der sonne steht wird das immer blasser kennt man von diesen krankenwagen diese neonfarben die sind auch nicht sehr uv stabil das heißt wenn so ein krankenwagen neon neonfarben ist nach zwei drei jahren wird das schon immer blasser bis er irgendwann ganz weißes weiß neon pigment einfach kaputt gegangen ist deswegen ist es wichtig ein hochwertiges lang erprobtes system zu nehmen und das haus auf color meines erachtens nach der erste auf der welt kommt aus amerika ist super geil das zeug wir machen jetzt erstmal einen heck großen heckflügel gambala mit dem gambala schriftzug das müssen wir aufkleben denn nämlich ein feines chrom silber um die konturen zu konturieren oder zu linien und dann kommt erst die blaue lasur rüber ich wollte aber jetzt gerne alles fertig haben damit wir da zügig vorwärts kommen weil wenn das jetzt gleich gut funktioniert und auch so aussieht wie ich mir das vorstelle dann kommen die ganzen anderen carbon teile dran also mal jetzt erstmal ein teil um zu gucken wie stark die lasur aufbringen muss wie stark die lasur drauf muss und das gucke ich mir jetzt erstmal ein teil an bevor jetzt die ganze kabine vorstellt und den wald vor lauter bäumen nicht mehr sehen gut aber jetzt geht es erstmal an das silber da habe ich auch schon die pistole vorbereitet frisch aus dem plotter was haben jetzt gemacht das ist der heck spoiler wo dieser große schriftzug drauf kommt ja teilweise kennt man das ist carbon schwierig zu bearbeiten deswegen was für mit klar aufgefüllt schön glatt geschliffen glatt geklotz dass es eine wirklich flimmer freie oberfläche ist ja und dann geht es weiter die arbeit sieht kein mensch also das ist die vor weit ist immer das a und o hier mache ich meine markierungslinie so dass er das papier abgelöst die übertragungs folie und die schablonen folie lösen sich und jetzt kann ich das hier einfach ganz entspannt wieder auf meine markierungspunkte legen so ist dieses locker drauf so schön andrücken richtig da kam es mir doch zugute dass ich elf jahre lang car wrapping und werbetechnik gemacht hat dann lernt man es nämlich schön ich mache die übertragungsfolie von der schablonen folie ab das kannst du auch schön vorsichtig dass ich das hochreißen so können wir in der scamballa ja freigepoolt damit fange ich gleich an und hier die kontur die bleibt aufstehen ich habe hier noch eine circa fünf millimeter steige kontur stehen und wichtig ist immer umklappen und so ziehen sieht man so kann sein dass man klar hochreißen oder lack oder so also niemals so folie abreißen auch wenn ihr foliert das auto ab niemals so folie abreißen immer umklappen und mit der hand auch so ein bisschen druck drauf geben weil nichts ist ärgerlicher wenn man den lack hochreißt so die unterseite brauchen nicht sichern ich nehme jetzt hier gleich ganz dezent dass es aussieht wie so eine lichtschimmer da drinnen dann reiße ich den hintergrund weg und umrande noch mal die kontur dafür sicher ich jetzt einmal die kantnummer die hier zum beispiel teilweise frei liegen rückseite brauche ich nicht sehen weil der nebel nichts hin einmal statisch entladen dass ich nicht irgendwelche nebel schweil hier nachher hat jetzt kommt wieder mein haftgrund hier rauf jetzt kommt dieses super feine chromartige silber rauf viele kennen das unter mirror chrome von house of color das war streich nur eins das habe ich quasi das bestehende fällt schon eine ein silberschein reingebracht und jetzt reiße ich den hintergrund weg und gehe quasi die kontur einmal nach die kontur bleibt jetzt stehen das in feld habe jetzt eben auslackiert und jetzt habe ich gerade eben wieder indem ich das die folie abgerissen habe habe ich wieder statische aufladung deutlich dass die kleber da ist diese reibung oder dieses abziehen erzeugt wieder eine aufladung dass es jetzt wieder so ein staubmagnet ist deswegen entlade ich das gleich noch mal und gehe wieder mit meinem haftgrund rüber um quasi immer eine unberührte lackfläche zu haben weil würde ich jetzt mit silber herum neben habe silber auf einmal ganz komisch überall jetzt hast du ja von seinem papi immer diese abziehbaren kabinlack rum und habe die fabrik eingestellt also luftdruck passt also einmal noch vorher testen jetzt war ich quasi mit der airbrush auf der kontur entlang die er so außen steht das gibt den ganzen sonst scheinen oder wie so eine hinterleuchtung als wenn der die kontur bleibt in korbon stehen und wird von hinten quasi beleuchtet quasier ab b b b b Das ist gut, ein sehr, sehr feines Silber zu nehmen. Was stark leuchtet, also so krummartig, weil es deckt sofort. Da muss ich also nicht öfter rübergehen. Und es ist hauchdünn. Sieht schon cool aus, wenn dann die Lasur oben raufkommt, die blaue. Dann leuchtet es wie so blaues Carbon. Und die Schrift kommt wie so ein weißes Wasserzeichen. Da unten raus, gerade wenn die Sonne drauf scheint, dann kommt das wie so eine Neonröhre da raus. Und jetzt sieht man hier so diesen Schimmer, der sich so einmal durchzieht. Hier seht ihr, ich ziehe ganz leid ab, weil ich doll aufgehe, wird das immer kräftiger. Das ist halt auch die Problematik. Ich muss mir merken, wie ich stark lackiert habe. Und deswegen ist es schwierig, die Türen einzeln zu lackieren. Weil lackiere ich hier ein bisschen stärker, da habe ich schon blasser, habe ich schon einen anderen Effekt. Mein Plan ist jetzt zwei geschlossene Schichten aufzulackieren. Ich muss mir dann auch noch mal ein bisschen dröhnen, um die Schleunhreform zu lackieren. Und dann... das ganze lassen wir mal eine viertelstunde trocknen bevor wir den zweiten gang machen wichtig ist das ganze nicht zu nass und matschig zu lackieren wir haben eine richtig matschige ungehärtete schicht das macht keinen spaß deswegen schön ausdünsten lassen auch bevor der klarlack aufkommt über nacht stehen lassen also mindestens zwölf stunden damit die lösemittel raus kann weil viele kennen das auch die lackieren das so relativ schnell und zügig machen klar drauf und dann hat man es oft dass er klar auf einem abblättert wenn man dampfstall dabei geht oder das passiert nicht sofort sondern teilweise nach einem vierteljahr halben jahr deswegen immer zeit geben dass die lösemittel raus können also jetzt erstmal vor der zeit gut eine viertelstunde so rum bisschen temperatur drin gehabt jetzt kommt der zweite gang und den lassen wir in zwölf stunden stehen für den endklarlack genau so habe ich mir vorgestellt in der mitte leuchtet das schon raus je nachdem wie man guckt ist das mal dunkler mal heller je nachdem wie das licht auf den schriftzug ballert gem ballert und ich bin mega happy richtig tiefe bekommt das noch durch den klarlack es sieht jetzt schon cool das ist schon leicht glänzt und man sieht die karbon struktur super geil wenn die sonne drauf scheint knallt das einfach richtig hier normal damit ihr seht das ist quasi eine muster hauge wo ich vier verschiedene technik ausprobiert habe auch mit den candy lasur farben gespielt habe und das ist cobalt blumen mit cobalt blue mit oriental blue gemixt bisschen blasser lackiert bisschen dunkler lackiert und so sieht sie dann aus und genau diese farbe habe ich jetzt erreicht in diesem das auto wird nachher ähnlich so aussehen ich bin noch eine andere technik oder mit so einem geschliffenen metall und hier mit flüssig metall unter aber wir müssen schienen von einer fläche die hier drauf ist farbe passt super genau wie ich mir das vorgestellt habe die beiden kennen die türkentöne gemixt auf dem sich carbon ja heute ist genug lackiert muster stück geglückt ich würde sagen morgen geht es weiter an den restlichen carbon teilen mit den restlichen schriftzügen an den design an der kurserie deswegen ist für euch jetzt noch die aufgabe das abo drücken viele haben es noch nicht getan deswegen seien die so nachlässig abo drücken damit redet ihr sofort bescheid wenn ihr auch die glocke gedrückt habt und wie immer wie ich das von euch gewohnt bin einen coolen kommentar und ich würde sagen schönen feierabend bis bald euer dann dann ein Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017